Wir starten wieder mit einer neuen Session von Borderlands. Wir sammeln jetzt die Schock-Kristalle. Ich denke mal, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Chancen gegen diese riesigen Würmer. Dazu holen wir uns erstmal ein Audit. So, ich glaube, jetzt hätten wir hier runterfahren. Ne, ich glaube, das können wir auch hier machen, oder? Hier nicht vielleicht? Na gut, bringt nicht mehr wirklich was. Huiiii, ups. Ob man da oben noch raufkommt? Ich habe immer noch nicht geguckt gegen den Markus-Puppen, aber regt mich dann schon wieder auf. Ach, das war hier gleich. Na, kommt der. So. Ich hoffe, das war's. Und dass die nicht gleich wieder auf verstehen. Vielleicht hätten wir uns noch ein bisschen Munition kaufen sollen. Oh, hat der Bloodwing jetzt noch das andere Vieh eingepackt? Alter, wie viel sind denn hier? Oh, das ist nur eine Larve. Klingt aber guter Fahrerung. Oh, nice. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Namen hat? 300? Wird noch offen. Ah, okay. Medi-Cat. 300? Oh. 25.000, alles klar. Wer weiß, worauf du in der Kammer stößt, siehst du, dass du gut bewaffnet bist. Ach so, gar nicht die hier, sondern die hier. Oh, ernsthaft, Bloodwing. Oh, ernsthaft, Bloodwing. Nein! Leck mich. Oh, oh. Halt, was? Oh, er hat noch einer? Jaoo, was geht denn? Ich glaube, er ist fest gebackt. Alter Falter, wir haben echt ein bisschen Probleme hier. Noch einer? Oh, leck mich. Oha, oha. Das wird keine Infarkarte hier. Okay, was, wir sind schon vorbeilaufen, Anwalt? Hä? Ist so gearscht? Oder ziehen die hier auch? Ne. Ne. Wie, mehr nicht? Warte, wie schnell? Warte, wie schnell? Warte, wie schnell? Ach, wir sind geheilt? Achso, durch Bloodwing wahrscheinlich? Warte, wie schnell? Oh, nice! Ich glaube, ich muss die ins O getreffen. Das lief gut. Oh, verdammt! Was habe ich denn jetzt aufgenommen? 22, vergiss ich's. Oh, das war's! Was ist das? Was soll man nämlich nicht angreifen, ist eigentlich alles schön. Da hinten haben wir auch auf jeden Fall welche von denen und das ist ein Banditenlager. Wie groß ist denn die Map eigentlich noch? Dann geht es da hinten noch lang, okay. Cool. Ah, jetzt sind sie da. Nicht wirklich. Nein! Nein, das ist die... Oh, schön sein. Oh, gut. Wie viele sind denn dann noch? Irgendwo hängt er noch fest So 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 Ich meine, die Binks zumindest. Zumindest das bringt auf jeden Fall gut Geld. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitz, bedanke mich. Bis dann.